Die Wasserburg Lieben, benannt nach einer spätmittelalterlichen Wehranlage, auf deren Grundmauern im 17. Jahrhundert ein Herrenhaus entstand. Von 1337 bis 1945 residierte hier das Adelsgeschlecht derer von Hahn. 2015 erwarb die Familie Hahn von Burgsdorf den Besitz ihrer Vorfahren und belebte die altehrwürdigen Gebäude mit neuen Geschäftsideen. So entstand hier etwa die Hahn'sche Gutsmanufaktur, in der Erzeugnisse aus der Bitterorange entstehen. Allen voran ein Kräuterlikör nach Familienrezept, die alte Pomeranze, hat sich bereits weithin einen Namen gemacht. Wir als junge Generation haben uns überlegt, wie können wir im heutigen Zeitalter mit unserer Manufaktur und unserer Familie schön wohnen, aber das Ganze mit einem betriebswirtschaftlichen Konzept haben. Und jetzt nutzen wir eben die Wasserburg mit dem Gewölbekeller für meine Veranstaltungen, für die Pomeranze, aber auch die umliegenden Gebäude für Ferienwohnungen. Und so haben wir hoffentlich ein Gesamtkonzept, was wir gut auch weiter nutzen können. Zur Vollendung der neuen Konzepte fehlte jedoch lange Zeit ein entscheidender Baustein. Kosteneffiziente Heiztechnik. Um den Bewohnern der Ferienwohnungen und den Besuchern der Veranstaltungen auch im Winter eine Wohlfühlatmosphäre zu bieten, die hohen Räume und kalten Wände auf Temperatur bringen zu können, investierte die Familie in Kupferrohre und eine Holzpelletanlage. Ja, zunächst mal hatten wir hier überhaupt gar keine vernünftige Heizung drin. Es waren 200 kW Nachtspeicheröfen verbaut, sodass wir also eigentlich nicht geheizt haben. Wir hatten einen Ofen, mit dem wir einen Raum vernünftig warm gemacht haben, aber der Rest war eigentlich kalt. Das heißt im Winter oben 10 Grad oder weniger. Dann wollten wir gerne natürlich irgendwann mal eine Heizung haben. Wir wollten auch die Ferienwohnungen im Winter vermieten können und haben lange überlegt, was das richtige System sein könnte. Ich wollte gerne was Regeneratives machen und bin dann dazu gekommen, eben weil wir hier auf dem Land wohnen, Hackschnitze oder sonstige Biomasse zu nehmen. Unterstützt wurde die Anschaffung der neuen Holzpelletanlage mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Bestückt wird das klimafreundliche Aggregat mit Erzeugnissen des eigenen Landwirtschaftsbetriebs. Vor allem Stroh wird hier zum Energieträger. Das Besondere an dem Kessel ist, dass es ein Allesbrenner ist. Das heißt, ich kann da sowohl Pellets als auch Hackschnitze als auch Stroh oder Kirschkerne oder Getreide oder was Sie sich vorstellen können, drin verheizen. Alles, was brennt. Und wir haben im Haus eine Temperierungsheizung. Das heißt, die Außenwände sind auf Brüstungshöhe mit Kupferheizungsrohren verbaut. Nun muss man sich auch bei Verkostungsveranstaltungen im Gewölbekeller nicht mehr allein auf die Eigenschaften des Kräuterlikörs verlassen, dessen Erzeugung von innerer Wärme ohnehin trügerisch ist. Ab sofort kann man sich ganz dem Geschmack der alten Pomeranze und anderer regionaler Produkte widmen. Eine nachhaltige Zukunft des alten Adelssitzes steht somit nichts mehr im Wege.